Willkommen in der letzten Rental Game. Mein Name ist Otis die Dose und heute mache ich Sauerbraten. Für dieses Essen du brauchst Wasser, Zucker, Essig, Salz, Pfefferkörner, Gewürznelken, Lorbeerblätter, Sieben, Zitrone und Rumpfbraten, Ingwer-Schnaps. Ingwer-Schnaps? Ginger-Schnaps. Es ist egal, wir machen Sauerbraten. Erst ab mischst du ein Hohlmaß Wasser, drei Viertel Hohlmaß Essig, zwei Massenheit Zucker, eineinhalb Teelöffel Salz, sechs schwarzen Pfefferkörnern, fünf ganz Gewürznelken, drei Lorbeerblätter und endlich eine geschnittene Zitrone. Dann legst du deine Rumpfbraten und Zwiebeln in der Beutel. Das Zeichnet ist gründlich. Es wird in deinem Kuhschrank für 24 Stunden marinieren. Besättigst du die Rumpfbraten von der Beutel. Uh, uh, uh. Ja, das ist da. Belastest du die Maranade. Legst du deine Rumpfbraten und die Maranade in einen Schongar. Und kochen für fünf Stunden an Tiefen. Und jetzt. Und jetzt. Uh. Beseitigst du die Rumpfbraten von der Schongar und behalten seine Herzlichkeit. Mischst du das Ginger Snaps mit der Maranade und rührst du das bis eben. Gießt du der Bratensaft und bedienen. Natürlich isst du das mit Rotkart und Spätzle oder Pierogis. Danke für deine Zeit und ich hoffe, du lernst etwas. Tschüss. Tschüss. Tschüss.